So, jetzt muss ich hier irgendwie durch. Und zwar müsste ich es damit wahrscheinlich löschen können. Nein! Oh. Boah, heftig. Warte mal ganz kurz. Das wird nämlich jetzt gleich mein Tod werden, sonst. Ah, ich stirb. Einen Arm hat er schon verloren. Bam! Und das war's noch. Aber einer rennt, glaube ich, hier noch rum, wenn ich mich nicht höre. Oder war das der einzige große? Bam! Bam! Tatsächlich könnte es der einzige gewesen sein. Boah, was willst du denn hier? So. Ach, ne, nicht schon wieder. Ich brauche mal meine Armbrust hier. Armbrust, komm mir zur Hilfe. Bam! Oh, 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 oh. Warte mal. Lass mich mal eine Runde heilen hier. Geht ja mal überhaupt nicht klar, was die hier veranstalten. Und vor allem in letzter Zeit kaum so viele von denen. Das ist irgendwie voll verwunderlich. Was? Ah, hab ich doch richtig gehört. Habe ich die jetzt tatsächlich da oben festgenagelt? Guck mal. Ah, ha, 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 ha. Geil, 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 alter. Zilla hat die Schwerte. So kann der Flüsterer nicht weit sein. Oder hinten ist aber noch eine Kiste. Ja, mit Sachen, die ich nicht brauche. Finde ich klasse. Finde ich immer wieder klasse. Ja, wenn... Aber dafür brauche einfach zu wenig Munition mannlicher... Waffengattungen. Apropos Waffengattungen. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich nachgeladen bin. Da kann ich jetzt allerdings auch mal so durch wechseln. Ah, hier bin ich... Leer. Davon werde ich aber wahrscheinlich auch nicht so viel... Munition besitzen. So... Oh. Was haben wir denn hier Schönes? So, ich bin auf dem Weg zu meinem letzten Gefecht. So, ich denke ich. Oh, wow. Wie sieht denn das da drüben aus? Überall wieder diese Kerzen. Jetzt kriege ich nochmal das Geld reingedrückt. Weil da hinten ist was. Oh, war ja wieder... Ne? Schrotflinte, Armbrust... Ich nagele die da oben gleich mal fest. Warte mal. Genau, so. Ja, kommt ihr nur her. Van Helsing macht euch schon platt. Oh, war doch klar, dass ihr nicht die einzigen seid. Na klar. Ja, das war's dann wohl. Und ich höre hier immer so... Dieses flüstern. Warte mal. Bin ich hier rausgekommen? Ne, ich komme von da hinten her, ne? Na, dann gehe ich jetzt einfach mal hier runter. Da geht es nicht weiter. Hier ist noch was. Oh! Habe ich nicht aufgepasst? Open Sesame. Aha. Das heißt, ich könnte hier jetzt auch runter springen. Äh... So schnell sind wir dann aber doch nicht. Ich springe nicht einfach irgendwo hin. Ah, ja. Ein Geheimnis. Genau deswegen. Einfach mal umschauen. Muss ich ein bisschen die Zeit nehmen. Und hier gibt es nichts. Aber jetzt bin ich... Jetzt bin ich auch so. Unterhalb dieses Punktes. Und ähm... Tatsächlich kann ich die Ausnahmsweise mal mitnehmen. Wie komme ich jetzt denn da hoch? Oh. Ah, ja. Nein. So, doch nicht. Oh mein Gott. Äh, 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 äh. Nein. Nein. Warte mal. Nein, weg. Boah, der ist ja tricky. Oh nein. Oh, weg. Oh, weg. Oh, weg. Oh, weg. Nein, weg. Ganz schnell weg. So, nachladen, bevor er kommt. Ich drücke dir alles rein, was ich habe, mein Freund Oh Nachladen So Und jetzt wird es... Achtung Oh nein, ich habe ihn gar nicht gesehen Weg Komm schon Oh, das bringt überhaupt nichts Ich muss mich ein bisschen heilen Oh, weg Na, wo ist er? So, ein Schuss habe ich noch Der ist in der Tat extrem widerstandsfähig Ich packe mal den Dämonenschädel aus Vielleicht packe ich es ja mit dem irgendwie Oh nein Komm her Ich habe hier so eine Vermutung Wo ist er denn jetzt? Ah, hier Ah, das scheint mir scheinbar zu fruchten Oh, 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 oh Bam So, jetzt aber So, jetzt aber Tatsächlich Ich dachte doch schon Ich stelle er auf seinem Rücken Oh, oh Was geht jetzt? Ah, ich bin nicht mehr alleine Ah, dann nehme ich doch einfach wieder das Schwertchen Bam Da kommt her Ich habe hier was für Orfeu Oh Oh, oh Ja, komm halt Ja Was schon Bam Alter, du nervst Bam Und einmal Durch die Sau Oh, jetzt muss ich mich aber ein bisschen Bam Ja, ich mache euch alle klein Gar kein Problem Oh, oh Noch mal zu einer mit dem Schildchen Und andere rennen gegen die Mauer Wo ist denn der dicke Koloss eigentlich? Ich zähle ihn gar nicht mehr Und zack Oh, der dicke ist da Hier wie das Also hier wollen sie es Oh, definitiv noch mal wissen Bam Und Bam Und Achtung Und es geht Rund Hier am Stammtisch Bam Bam So, eine Runde heilen Wird dringend nötig So, komm Ich gehe mal auf die andere Seite Ich brauche ein bisschen Freiraum Achso, da haben wir ja auch wieder so einen Typ Mit seinem scheiß Schildchen Bam, bam, bam Irgendwo hier war ein Medikit Boah Nein Nein Boah Moment, ich muss hier weg Ich muss hier ganz kurz weg Dann muss ich mich heilen Heilen Bam Bam, bam, bam Das reicht jetzt, Junge Und Zack Einmal rundherum Vielleicht löst es hier ein paar Probleme Zack, zack, zack Zack So, wo ist der hässliche Pisser Da hinten Und Achtung Es geht einmal rundherum Also wird jeder bedient Jeder darf herkommen Jetzt kommt er wieder mit seinem scheiß Schild Jetzt muss ich ihm die Skelette wegmachen Wenn sie mich mal lassen würden Water Water Alter Alter So, ihr noch Du noch Und zack Und zack Junge Wow Wow Alter Da wird man wach Da wird man definitiv wach Wenn ich Wenn ich hier wo sonst So Jetzt haben sie mich wieder für eine Weile aufgehalten Das bringt aber im Endeffekt auch nichts Ich bin nicht mal gestorben GZ an mich Und daran, dass ihr an mich geglaubt habt Da draußen Und was haben wir denn hier Jetzt müsste ich doch wahrscheinlich den Den Fahrstuhl rufen können Vermute ich jetzt mal Ich hoffe es zumindest Jop, das sieht gut aus